Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Also ich spiele heute Dark. Ein Spiel, das ist momentan auf Epic Games kostenlos. Ja und ich wollte euch das mal vorstellen. So, man spielt einen Jungen. Ich erinnere mich. Also es spielt halt wahrscheinlich die ganze Zeit irgendwie so 2D-Plaktive. Also ich meine von der Seite. Na gut, der lernt erst mal fliegen. Mach ich auch wenn ich schlafen gehe. Ist jetzt bisschen unfair. Höh! Ich denke wir träumen gerade. Ich hab das jemanden. Okay, weißt du was, ich mach das wieder hin. Nee, hä? Warte, vielleicht muss ich hier runter, wenn ich das jetzt... Nee. So. So. Und dann... Kann ich... Kann ich... Komm, ist hier ein Schritt noch? Kann ich irgendwie springen? Nee. Das muss so sein. Ich glaub wir müssen hier runter, aber... Ich weiß nicht, dass jemand da runter kommen soll. Ähm... Okay, so geht's auch. Ich bin... ich bin erstmal Caillou geworden. Hm... hm... Nee, ich muss natürlich nicht mehr hier. Hm, hm. Guck, guck. Okay. 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 Yes. Okay. Okay. ich mach das wieder dahin wenn ich dann das macht ja, dass es hoch und um dir geht aber wenn ich dann die extra mache ok warte mal ich bin dafür grad zu dumm hä? da ist zumindest eine 3 4 sperre es muss irgendwas geben was ist wenn ich jetzt läuft ja immer noch die Seite ich dann hier runter gehe ah ok das ist 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 so 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 Vielen Dank. So, ähm, so. Nee, das geht nicht. Hilfe, ich bin zu dumm. So, so. Dann haben wir das jetzt da. Was ist für mich jetzt? Das da untermachen. So, das da hin. Das da hin. Ah, jetzt weiß ich. Also, so. 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 So, dann machen wir das zur Seite. Können wir das da hin machen. Und dann... Nehmen wir das. Das. Und dann... Ah, jetzt geht her. Okay. Jetzt geht mir das. Okay. Was ist das? Was ist das? Was ist das? hatte ich nicht jetzt alle die lösungen und ich bin einfach zu inkompetent dafür aber nix dann da hin hä ich komme nicht weiter da oben sieht es aus als müsste man das da hin machen aber es geht halt einfach nicht ich probiere jetzt nochmal das da hin zu machen und dann investieren ne es geht nicht mein gott dieses spiel das geht ja auch nirgendwo dran ich mache mal ganz kurz einen kleinen cut bis gleich M-M-M-M ms 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 Ist das cool? Kann ich nach oben? Bäh! Okay. Muselgames. Entweder Eizel. Bäh! Runtergönnen. Ah, aber dafür ist die Brücke links kaputt gegangen. Okay. Also jetzt hier unten lang. Kann ich hier rüber? Ja. Okay. Nur ein bisschen Platz. Zieh runter. Okay. Schlüssel-Emblem. Ähm. Jetzt muss ich wahrscheinlich oben das Zahnrad wieder aktivieren, damit das ja aufgeht und eins von hinten holen. Vielleicht bringt mir Schlüssel-Emblem irgendwas. Kann ich hier drüber? Vorbei. Okay. Dann denke ich mir nix machen. Okay. Was bringt das Zahnrad? Da habe ich das ja auch deaktivieren kann. Okay, ich lass das erst mal. Kann ich hier hoch? Ja. Kann ich nach der Decke lang laufen? Ja. Perfekt. Okay. Dann haben wir das auch. Äh, so Leute. Ich habe jetzt die... ...lösung gefunden. Ähm. Man muss hier tatsächlich... ...nach machen. Dann kann man hier hoch... ...und muss dann hier so lang laufen. Hm. Warte, können wir auch hier... Oha, wir können auch hier hin. Aha. Aber ich mach das... Ich hol mir mal das andere hier. So. Ist das runter? Äh? Hm. Das ist wieder cool. Kann ich das jetzt da dran machen? Ne, ich, äh, ich nehme das einfach mit. So. Ich geh dann hier lang. Ich mach dann so. 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 Dann warne ich hier lang. Okay. So. Ein hier. Spalige. Hallo. Irgendwie lass ich das mal... ...zure Sicherheit offen, weil dein toten Kopf ist. Aha, was ist das? Oh, ne Knopf. Warte. Warte. Ja. Mhm. Sehr interessant. Eigentlich interessant. Und dann soll ich den toten Kopf kriegen? Hä? Hä? Der hat meinen toten Kopf gefahren. Ist der Einzige, die würde ich nicht umgehen können. Oh, das stimmt. Ich bin eben. Ich vergess das die ganze Zeit. Sag ja, ich bin... Ich bin, ich bin. Und da wird ich, ich bin. Ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin. Was ist denn? Was ist denn? Halt es! Hier ist... Gimm ihn dort! Oh, ich glaub nicht, dass das gehört... Hey, was geht, du Lampe? Oh, oh! Oh! Juhl, was? Der schießt mich einfach! Diese Lampe! Geh jetzt... Was macht die? Oh, der schießt mich, der will mich wieder schießen. Was soll ich gegen die Lampe... äh... Pistole machen? Ich glaub, die gehen... Die gehen manchmal an... Und immer wenn sie... An sind, können sie schießen... So, jetzt kann ich noch das holen... Nein! Jetzt... jetzt hörten die sich an... So... Genau... Ja, schalte ich auch noch aus... Hohohohohohohohohohohohohoho... Holocaustaurohof... Ich muss noch... auf einen Durchlauf fahren... Das... Sie sich... Die scheitert sich jetzt aus... Und... wenn die ausgeschaltet ist... ich halte sich jetzt auch ich frage mich aber nicht warum auch lampenköpfe haben um wir haben uns anscheinend in jetzt ganz und gehen jetzt wieder zurück glaub nur wenn im Schein der Lampe ist jetzt könnt ihr euch ausschließen ich bin aber nicht im Schein der Lampe WIE?! Ah ich kann ja wieder an der Decke laufen oder? Doch oder nicht? Was geht? Was geht? Ja schalte deine blöde Lampe aus Dann nimm nicht mehr das Dann nimm nicht mehr das Nein Du hast mich nicht gesehen A Schaltest du deine dumme hässliche Scheiß Lampe auch noch aus? Ja die hab ich nicht gesehen Uuuu Nice Also Fun Sah new so so ohne war war ja macht das weg tschüss mein gott ja sieht wirklich schön aus tschüss Hilfe der geht mich schon wieder nach oben ich will doch einfach nur schlafen was macht er denn sie können weiter ja definitiv gut so ja old watch das brauche ich nicht da brauche ich dir ne ich brauche es nicht NEXT was ist das small key ok ne wandeln kann ich das nur die andere müssen nicht ich wandel nicht was ist wenn ich hier wandeln nicht was ist was ist ist ein ich mache jetzt mal nicht dass ist wie ich muss die das ist das ist haben nicht hier ist es aber nicht um ihr hier nicht damit hier was ist da muss man doch bestimmt irgendwas übergehen das geld so kleines kartoffelkind bitte niemand fragt mich warum ich das kartoffelkind genannt habe nein hier ist nichts, obwohl da ein kartoffelkind ist so 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 hä, was will ich das spiel von mir was sollte mir das kartoffelkind so, ich geh jetzt nochmal hin und das ist ja keine kartoffelkind das spiel ist kaputt das spiel ist das spiel ist das spiel ist ich will nicht so das haben wir das haben wir das spiel ist 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 Hier ist es aber gar nicht bestimmt. Hopp, hopp, hopp! Yes! Ich nochmal zurücklaufen. So. 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 Hier, da wird einem voll schwindelig. So, jetzt. Hm, nein. Nein. Die wird mir nicht sagen, jetzt geht das immer noch nicht. Ey. Oh. Okay, an der Stelle würde ich jetzt auch sagen, vielen Dank. Und tschau, bis zum nächsten Mal. Tschüss.